Dies Fernglas ist ein ganz besonderes Stück für mich. Das habe ich von meinem Vater geschenkt bekommen und der wiederum hat es glaube ich von meinem Opa geerbt. Das hat bestimmt schon 30 Jahre auf dem Buckel und die Qualität spricht einfach für sich. Es erfüllt immer noch heute seinen Zweck wie eh und je. Ich komme aus einer reinen Jägerfamilie und bei uns jagen schon immer alle mit Zeiss. Deswegen war auch meine erste Wärmebildkamera logischerweise aus dem Hause Zeiss. Ich bin Annalena und ich jage mit Zeiss.